Wir sind jetzt hier bei Tante Trudel, bei Tante Trudels Trödelladen. Die hat ganz viele Kleinigkeiten in ihren Regalfächern liegen. Kleine Autos, Vasen, Ringe, Sofas, Kleiderbügel, Uhren und auch Gutscheine, die man einlösen kann. Sie ist aber eine Kecke und die Tante Trudel bestimmt den Trödel des Tages. Das wird ganz schnell bestimmt. Das kann zum Beispiel der jüngste Spieler machen. Dreimal würfeln, wenn ich drei habe, wird das dritte Teil genommen, wird nochmal gewürfelt. Eins, der Stern ist ein weiteres Teil, dreimal. Eins, zwei, das zwei, wir haben jetzt den Trödel des Tages. Ein Ring, ein Stern und ein Mini-Auto. So, die Spieler, die haben jetzt lauter Einkaufskörbchen und sind bei Tante Trudel im Trödelladen. Sie versuchen jetzt, Ware zu bekommen im Laden und dürfen aber nicht schwerer sein als Tante Trudels Trödel des Tages. Geht auch so, der würfelt bestimmt, in welchem Regal ich einkaufen darf. Wenn ich jetzt dran bin, würfle ich die fünf. Dann gehe ich mit meinem Korb eins, zwei, drei, vier, fünf Schritte. Und kann jetzt in diesem äußeren Regalfach überlegen, was möchte ich denn haben. Also mir gefällt ja der kleine schicke Flitzer hier ganz gut, den nehme ich jetzt mal. So, jetzt ist der nächste Spieler dran, würfelt wieder, steigt mit eins ein hier, darf mir hier was aussuchen. Also so eine Liege ist ja schon ganz patent, der Spieler nimmt sich jetzt die Liege. Und so geht es reihum. Bin ich mal mit meinem Einkaufskorb in dem Regal, wo eine Waage auch zur Verfügung steht, darf ich meinen Trödel probewiegen. Dann nehmen wir Tante Trudels Trödel, legen das in die Waage rein. Und ich lege meinen ergatterten Trödel in die andere Waagschale. Und jetzt warten wir, was die Waage sagt. Ja, ich bin noch arg viel leichter als Tante Trudels Trödel. Ich muss da also noch ein bisschen was einkaufen oder etwas austauschen. Ist alles kein Problem, wir sind noch mitten im Spiel, das machen wir auch. Und so geht es reihum. Es gibt auch Gutscheine. Gutscheine kann ich nehmen, wenn ich nichts anderes möchte. Gutscheine kann damit auch bei einem Mitspieler was einlösen. Gutscheine werden am Ende nicht gewogen. Das Spiel geht reihum. Irgendwann verlässt der Erste mit seinem Trödel den Laden von Tante Trudel. Und dann müssen alle anderen Spieler auch ihr Spiel zu Ende bringen. Und ihren Trödel, wo meistens zwei, drei Teile dreinzeln, verlassen. Jetzt geht es um das Probewiegen. Tante Trudel sagt, hier ist mein Trödel des Tages, jetzt schauen wir mal, was ihr anderen habt. Dann wird das reingelegt. Oh, das ist arg viel schwerer. Also wer so viel schwerer ist, der ist gleich schon draußen. Weil nur die kommen in die N-Wertung, die leichter sind als Tante Trudels Trödel, wenn also die Waage so zeigt. Und wer am Ende, am nächsten an den Trödel des Tages herankommt, ist der Sieger dieser Runde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017